Hallo, ich habe diese Ohrhörer als Produkttest erhalten, meine Meinung ist aber unbeeinflusst. Weiter nach dem Intro. Packen wir sie mal aus. Soh, soh, soh. Hier unten haben wir die Anleitung. Nichts deutsches. Hier haben wir so ein praktisches Ladecase. Kabel ist nicht dabei. Und hier sind die Ohrhörer. Die sehen sehr futuristisch aus. Im Ohr halten sie. Mal sehen, ob ihr die irgendwie verbunden bekommen. Sie werden angezeigt im Handy. Sind verbunden. Akkustand 100%. Ja, der Klang ist sehr gut. Sehr basslastig. Bin ich zufrieden. Im Ohr sitzen sie auch gut. Hier drin sind sie sauber aufgehoben. Das ist auf USB-C. Da sehen wir, wie das Käse geladen wird. Das Käse hätte vom Deckel her ein bisschen wertiger sein können. Das ist hier so ein bisschen klapprig. Lässt sich auch so. Da hätte man ein bisschen besser arbeiten können. Aber die Ohr-Dinger sind perfekt. Und da kommt es ja drauf an. Der Klang ist gut. Im Ohr sitzen sie auch gut. Wer sowas haben möchte, kann sie es gerne kaufen. Ja, ich würde mich auch freuen, wenn ihr den Kanal abonniert. Oder euch eins der anderen Videos anseht. Kommentare sind auch erwünscht. Und ich danke dafür, dass euch das Video angesehen habt. Und ich danke dafür, dass euch das Video angesehen hat. Und ich danke dafür, dass euch das Video angesehen hat.